Herzlich Willkommen in der Praxis Seelenweg. Gerne zeige ich euch, wie ich euch im Leben unterstützen kann. Anneliese Seuss bietet in ihrer Praxis kompetent und seriös seelischen Beistand, spirituelle Sitzungen und alternative, natürliche Heilweisen an. Die Arocharten haben mich jetzt weitergebracht und ich weiss jetzt, wo mein Stolperstein war. Und dort kann ich jetzt anfangen, weiterzugehen. Ich kann da aus dem Weg räumen. Geprägt durch eigene, schwere Leidenswege, entwickelte sich in ihr das Rüstzeug, Menschen zu helfen und Heilung zu fördern. Die Spiritualität ist für sie eine leidenschaftliche Berufung geworden. Unterstützend und fördernd bietet sie auch Kurse und Coachings an. Nachdrücklich betont sie, dass ihre Tätigkeiten zum Ziel haben, den Menschen zurück in sein Innerstes, in seine Seele zu führen und im Herzen zu berühren. Erst dann geschieht Heilung. Ich hatte gerade Jenseitskontakt bei der Anneliese und sie konnte mir Sachen aufweisen, die schon länger in meinem Unterbewusstsein geschlummert sind und mir auch keine Ruhe gelassen haben. Dank diesem Jenseitskontakt habe ich klare Hinweise bekommen und helfende Ansporn, damit ich weiss, wie ich jetzt weiterfahren kann. Ich habe es sehr entspannend gefunden und es ist eine schöne Wärme durch meinen Körper geflossen, auch vom Bauch aus und ich habe ein sehr schönes Licht gesehen. Ich möchte Anneliese ganz herzlich danken. Sie konnte mich mit diesen Karten wundervoll aufzeigen, wo es meine Fragen noch stecken. Und manchmal denkt man einfach zu weit im Leben und so hat sie das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht.